Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wissen Sie, mit wem Sie reden? Ja, Sie sind der Typ, der die Krankenschwestern beschissen hat. Das werden Sie büßen. Das kostet Sie den Job. Sie wissen, was jetzt passiert. Ja, ich weiß genau, was jetzt passiert. Mein Job ist sehr wichtig für mich. Falscher Zeit, falscher Ort. Happy Birthday, Mary Catherine Carrigan. Von Charlie heißt sie. Gute Nacht. Jack! Warum habt ihr mir das verschwiegen? Du und Dad. Ich weiß, dass du nach der Leben einpasst. Mary Catherine Carrigan. Die Mädchen waren nicht von Unis erwähnt. Sie waren Huren. Hältst du mich für eine Hure, Jack? Das habe ich nie behauptet, Ma. Halt dich. Jack! Was hast du getan? Hey, Jack! Weißt du was? Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Und ich mit dem Trinken. Ich habe mit dem Trinken.